Herzlich willkommen zum ersten Video in der Radioreihe meiner Hindenburg-Tutorials. In den kommenden drei Videos wird es unser Ziel sein, mit dem Audioschnittprogramm Hindenburg gemeinsam einen Radiobeitrag zu erstellen. Mein Name ist Lukas Görlach, ich bin freier Radiojournalist und Podcaster und wenn ihr noch gar nichts über Hindenburg wisst, dann schaut euch gerne erstmal meine ersten drei Grundlagenvideos an, denn hierfür solltet ihr euch schon mal grob mit der Hindenburg-Oberfläche vertraut gemacht haben. Wir werden in diesen drei Videos alles machen, was ihr braucht für einen normalen Radiobeitrag. Von der Aufnahme eurer Stimme über den Schnitt bis hin zur Mischung und zum Export. Aber eine Sache fehlt uns noch für einen Beitrag mit Einspielern, die Einspieler, also die O-Töne. Deren Aufnahme hat zwar nicht unbedingt was mit dem Programm Hindenburg an sich zu tun, wichtig ist es aber trotzdem. Ja, wir holen uns jetzt ein paar O-Töne und zwar mit diesem Zoom H1N. Das ist ein sehr günstiges Aufnahmegerät, das aber relativ gute Leistung bringt für mit Zubehör, das ich unbedingt empfehlen würde, so um die 110 Euro bei Thomann gerade. Damit nehme ich auch gerade das Audio von meiner Stimme auf, einfach im Autopegelmodus. Ja, einige werden jetzt schon schreien, aber es funktioniert tatsächlich ganz gut. Und wir wollen uns jetzt einfach ein paar O-Töne holen und zwar von Bonny, der jetzt hier filmt gerade. Und wir tauschen nämlich jetzt einfach mal die Geräte. Er kriegt das H1N. Schön Mülltonnen im Hintergrund. Ja. Um dich herum. Ja, Abstand halten ist auch immer noch das Geburtstunde. So Bonny, stell dich einfach mal ganz kurz vor. Mein Name ist Bonny und ich arbeite auch mit Ton. Ich arbeite als Sounddesigner, das heißt, ich beschäftige mich mit allen Geräuschen, Klängen, Atmosphären, die man hören kann und baue ganze Soundwelten, wenn es sein muss. Was ist gerade so ein aktuelles Projekt, an dem du so arbeitest? Ähm, ich arbeite gerade an einem Podcast-Dingel, wo verschiedene Sounds und Geräusche zum Einsatz kommen, und zwar vom Backen, es geht ums Brotbacken in dem Podcast. Und dazu habe ich ganz verschiedene Geräusche zu einer Soundcollage zusammengeschnitten. O-Töne oder wenigstens einen verwendbaren O-Ton haben wir jetzt. Fehlt noch ein bisschen Atmosphäre. Jetzt können wir uns also direkt an unseren Rechner setzen und Hindenburg starten. Ja, naja gut, also mit Hindenburg starten müssen wir vielleicht jetzt noch einen Moment warten, denn wir haben noch was Wichtiges zu tun, und zwar die O-Töne zu sichern. Das hat einen bestimmten Grund, warum ich das sage, weil nicht alle Menschen, die ich getroffen habe bis jetzt in meinem Leben, die machen das, sondern es gibt auch durchaus Menschen, die von ihren Aufnahmegeräten schneiden, und das würde ich mal absolut nicht empfehlen. Wir nehmen jetzt mal hier unseren Zoom H1 oder jedes andere beliebige Gerät und schließen das per Kabel, per USB-Kabel einfach an und gucken dann, dass wir es als Kartenlesegerät einstellen. Und dann ploppt das, ob ihr jetzt Mac oder Windows habt, ist eigentlich egal, und dann ploppt das auf. Wir machen hierzu mal ein neues Finderfenster auf und suchen mal unser Gerät. Hier ist es, das H1 NSD, ist als Festplatte erkannt worden, das ist schon mal ziemlich gut. Und da haben wir einen Ordner drin, der heißt, bei unterschiedlichen Aufnahmegeräten kann der verschieden heißen, das ist aber jetzt kein Problem. Bei uns heißt der halt Stereo, weil wir haben halt nur ein Stereo-Mikrofon da drin. Es gibt auch noch Aufnahmegeräte mit mehr Mikrofonen, die teilen das dann unter anderem auch in Ordner auf, Folder 1. Und da haben wir einen riesigen Boost an Aufnahmen und wir sehen immer, wann das aufgenommen wurde. Ich habe meine Aufnahme, um die es sich handelt, müsste am 23.05. aufgenommen worden sein. Das ist jetzt schon ein kleines bisschen her, seit ich das aufgenommen habe. Und es müssten diese beiden hier sein. Einmal die 11 und einmal die 9. Die 9 ist unser Atmo und die 11 ist unsere Dings. Wir können auch mal reinhören. So. So um die 110 Euro bei Thomann gerade. Das klingt gut. Das ist auf jeden Fall das, was wir gerade gehört haben. Und dann haben wir hier unsere Atmo. Perfekt, genau. Also die beiden Aufnahmen, das stimmt. Ich mache jetzt ein neues Fenster auf. Das geht im Finder unter Mac mit Kommando N, bei Windows mit Steuerung N oder man macht im Finder hier ein neues Fenster oder bei Microsoft einfach auch ein neues Fenster auf. Ich möchte gerne meinen Ordner, ich lege den jetzt einfach mal in meinem Dokumente-Ordner an. Da habe ich jetzt, den nutze ich normalerweise nicht, aber das mache ich jetzt einfach mal hier. Neuer Ordner. Und jetzt kommen wir nämlich schon zu dem Wichtigen. Wir kommen zum Projektmanagement. Unser Projekt heißt Tutorial zum Beispiel. Ich mache es immer ganz gerne, je nachdem, welche Form ich gerade fürs Radio dann produziere. So benenne ich das dann auch. Also zum Beispiel jetzt für einen Beitrag mit Einspielern nenne ich es BME-Tutorial. Wenn ich jetzt ein Interview mache, was dann als Interview gesendet wird, nenne ich es IV. Wenn ich einfach nur einen O-Ton habe, nenne ich es OT. Genau. Und bei Podcasts benenne ich es einfach nach KundInnen, vorne nach Namen. Aber so fürs Radio finde ich es immer ganz gut. BME-Tutorial. Könnt ihr ja halten, wie ihr wollt. So, da haben wir jetzt unseren Projektordner. In dem wird sich alles, was wir in Zukunft machen, abspielen sozusagen. Darin lege ich jetzt drei Ordner an. Das ist wichtig. Das spielt sich auch so ein bisschen ein. Das macht man dann einfach, wenn man es sich ein bisschen angewöhnt hat. Weil das ist wirklich sinnvoll. Habe ich von meinem guten Freund Bonny, den ihr jetzt alle schon gesehen habt, gelernt. Der das ja mal professionell gemacht hat. Beziehungsweise immer noch macht natürlich. Aber das auch mal richtig gelernt hat. Projektmanagement für so Audiosachen. Ich nenne den ersten Ordner 01. Und der heißt bei mir Footage. Footage. Ihr könnt ihn auch Material nennen oder wie auch immer. Mein zweiten Ordner nenne ich Schnitt. Und meinen dritten Ordner nenne ich Export. Die Benennung vorher mit 01, 02, 03, das mache ich immer, meistens habe ich das nach Name sortiert. Und dann ordnet das das alphabetisch immer nach 01, 02, 03. Und das ist quasi auch unser Workflow. Denn wir beginnen mit dem Material, unserem Footage und gehen über den Schnitt. Und irgendwann zum Schluss wird der Export-Ordner natürlich mit unseren Dateien, die wir ausgeben, befüllt. Was kommt in unseren Footage-Ordner? All unsere Audios. Das heißt, ich ziehe jetzt einfach Drag & Drop unsere Audios, die wir schon ausgemacht haben, hier rüber. So, das ist nicht das schnellste USB-Kabel, was ich da habe. Und dann kann ich mein H1SD auch wieder auswerfen oder bei Windows eben Rechtsklick auswerfen, weil wir brauchen es nicht länger. Es muss nicht länger dran gesteckt bleiben und muss auch nicht an sein. Ist ein bisschen mehr Verschwendung. Das heißt, wir machen unser Gerät ab und legen es irgendwo anders hin für den nächsten Einsatz und haben jetzt unsere beiden Audios, die wir brauchen. So. In diesen Footage-Ordner packe ich immer alles, was extern kommt, also auch Musik und was weiß ich noch. Machen wir dann auch. Und ich benenne dann immer die Dateien gerne um. Das mache ich immer als erstes. Das heißt, in dem Fall, diese hier wäre unsere unsere Datei Bonny, nenne ich sie jetzt mal, also nach dem O-Ton-Geber oder der O-Ton-Geberin und die sind nämlich Atmo. So. Den Vorteil, der dadurch entsteht, ist, man sieht in Hindenburg dann gleich so um die 100, was es ist. Ja, ich habe richtig benannt. Genau. So. Jetzt kommt der Punkt, wo wir Hindenburg öffnen. Das seht ihr jetzt nicht, aber ich drücke jetzt hier einfach auf den Hindenburg-Button. Genau. Zack. So. Eingang festlegen. Ja, ist egal. Machen wir mal Screen. Ähm. Genau. Jetzt hat Hindenburg ein kleines Problem gehabt mit dem Screen-Recording hier, ist aber kein Problem. Wir nehmen dann sowieso mit einem anderen Gerät auf. Aber haben wir jetzt eine Hindenburg-Session jetzt einfach offen. Das habt ihr schon gesehen in den vorherigen Videos, wie das alles funktioniert, wie das hier aufgebaut ist. Wir können uns jetzt quasi dem Anpassen dessen widmen. Wie kriegen wir jetzt unsere Audiodatei in Hindenburg? Das können wir entweder, indem wir auf Ablage gehen, ähm, ne, beziehungsweise nicht auf Ablage, sondern auf Importieren hier gehen und die hier suchen. Da haben wir auch schon BME Tutorial, Footage, Markieren und Öffnen. Bei Hindenburg ist es aber, ihr seht es, zack, das wird dann auch einfach an diese Stelle importiert, wo unser Cursor war. Ich mache es aber eigentlich ganz gerne. Ich mache das auch einfach per Drag & Drop und ziehe das mir gleich in die erste Gruppe rein. Das hier sind die Clipboards in unterschiedlichen Gruppen. Wie das funktioniert, das erschließt sich gleich auch noch perfekt. Auf jeden Fall sind unsere O-Töne jetzt hier in der Gruppe und ich mag das eigentlich ganz gerne. Das ist aber nur mein Workflow. Die erste Gruppe umzubenennen und nenne sie Footage, wie unseren Ordner. Da kommt quasi alles, was jetzt, alles, was Rohdateien sind, erst mal rein. Wir könnten es auch einfach, es ist vielleicht einfacher, wir nennen es jetzt Rohdateien. Hindenburg ist ein Schnittprogramm, das nicht destruktiv schneidet. Das heißt, wenn wir an unseren Dateien, die wir hier importiert haben, Veränderungen vornehmen, das habe ich auch schon erklärt in einem vorangegangenen Tutorial, dann werden die Dateien an sich nicht zerstört. Jetzt werden einige von euch aber sicherlich fragen, ja warum? Also warum haben wir denn hier unsere Rohdateien dann nochmal? Denn Hindenburg, wenn wir jetzt auf Speichern drücken, kommt unser Dialog. Ich gehe wieder auf Dokumente, WME Tutorial und das kommt dann in unseren Schnittordner. Die nenne ich jetzt Tutorial. Das kommt in unseren Schnittordner. Sichern. Hindenburg legt jetzt unser Projekt in diesen Schnittordner. Tutorial, das ist die Hindenburg-Arbeitsdatei, die ist ganz klein, weil das ist nur eine Textdatei, die kann man sogar in einem Texteditor öffnen und dann sieht man so Codezeilen, die ist nämlich ganz schmal gehalten. Alle Dateien, die Hindenburg sich reinzieht, wie diese hier, legt es in diesen Tutorial-Files-Ordner. Das heißt, jetzt ist unser Tutorial-Files-Ordner exakt eine Kopie von dem Footage-Ordner. Ich habe gerade schon gesagt, Hindenburg ist ein nicht destruktives Schnittprogramm. Jetzt werden einige von euch sicherlich fragen, ja, Moment mal, aber warum machen wir uns denn die Mühe, diesen Footage-Ordner anzulegen, wenn Hindenburg eh diese Tutorial-Files hier nicht zerstört? Ja, weil halt. Es ist wirklich besser, dann zwei verschiedene Versionen davon zu haben, denn ich habe A, nochmal gerne wirklich einen dedizierten Footage-Ordner, in dem alles drin liegt, was ich aufgenommen habe und ich weiß nicht genau, was hiermit passiert. Also Hindenburg ist zwar nicht destruktiv, aber wenn ich dann irgendwie Projektmanagement da hin und her schiebe und so weiter, ich fasse einfach diesen Ordner niemals an, weil das ist ein Ordner, den verwaltet nur Hindenburg, da würde ich nichts ändern, weil dann kann es halt passieren, dass die Dateien irgendwie ihren Link verlieren, wenn ihr einen Fehler macht oder was umbenennt und Hindenburg dann nichts mehr mit der Datei anfangen kann und das ist höchst nervig. Deswegen, an den Ordner gehe ich gar nicht ran, ich verwalte nur den und importiere alles von dem und Hindenburg zieht sich das selber in seinen eigenen Ordner rein und das ist gut. Wenn ihr euer Hindenburg-Projekt verschiebt, verschiebt niemals irgendwie diese Datei oder eine Datei aus diesem Ordner, sondern nehmt einfach immer diesen kompletten Ordner und verschiebt den. Dann kann eigentlich nichts passieren, dann verliert Hindenburg, ich habe das getestet, auch von Windows zu Mac und zurück und so weiter, dann passiert es nie, dass irgendwie Links kaputt gehen oder so. Nehmt einfach diesen Ordner, dann seid ihr safe. Wenn ihr euer Projekt beispielsweise auf einen USB-Stick packt oder auf eine externe Festplatte oder vielleicht sogar von da schneidet. Genau. Wir haben unsere Dateien jetzt in Hindenburg, und wir haben unser Projekt angelegt, das heißt hier Tutorial.nhsx, das ist eine Hindenburg-Session-Datei. Das heißt, wir sind sicher und immer wenn wir jetzt auf Kommando und S drücken, wird es gespeichert. Vorausgesetzt, oder hier drauf drücken, genau. Jetzt können wir anfangen zu schneiden. Wir haben unsere Rohdateien, wir haben unsere Spuren. Was ich ganz gerne mache, ist, ich benenne erstmal meine Spuren um. Sprache ist in Ordnung, manchmal nenne ich das auch ich, aber meistens mache ich mir nicht die Mühe, das umzubenennen. Die zweite benenne ich dann immer, oder die anderen Spuren benenne ich dann immer nach meinen InterviewpartnerInnen. In dem Fall ist es ja nur Bonny, das heißt, die Spur heißt nur Bonny. Wenn ich jetzt noch jemand anderen aufgenommen hätte, hieß dann noch eine weitere Spur wie die weitere Person. Also ich lege für jede Person eine eigene Spur an. Die Spur, die Hindenburg hier vorgibt, heißt witzigerweise schon Atmosphäre, das kann so bleiben. Und Musik, da kümmern wir uns dann später drum. Das machen wir dann im nächsten Video und suchen uns noch eine kleine Musik aus. Das muss ja nicht jeder Beitrag haben. Ja, so. Das war es eigentlich auch schon mit dem Projektmanagement. Wir können jetzt anfangen zu schneiden. Wir haben quasi alles soweit gesichert. In unserem Projekt kann nichts mehr passieren. Und wir sind safe. Wir können das jetzt auch theoretisch auf eine Festplatte ziehen und dort weiterschneiden. Oder wir können es an einem anderen Rechner bearbeiten, solange wir nur immer diesen Ordner anfassen und nichts an den Ordnerbeziehungen ändern. Das passt perfekt. Wir haben unser Projekt angelegt, also können wir jetzt direkt anfangen mit dem Schnitt. Dafür schaut euch gern das nächste Video in dieser Reihe an. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert gern den Kanal für weitere Tutorials oder schaut vorbei auf einfachton.de und schaut euch an www.tutorials.de und schaut euch an www.tutorials.de und schaut euch an www.tutorials.de und schaut euch an www.tutorials.de